Hallo zusammen, vor zwei Tagen habe ich den Style Party Flamenco vorgestellt, so habe ich den Style genannt. Das ist ein Werks-Style im PSR-Keyboard, den gibt es aber auch im Genus und auch den Genus-Style habe ich angepasst, das heißt ich habe die Bassspur ausgetauscht, die Sounds habe ich verändert, eine Tramspur, die Snare genauer gesagt, habe ich neu eingespielt und das Ganze im Tempo angepasst, etwas Hall dazu. Diesen kleinen Style könnt ihr in meinem Webshop erwerben und hier eine Kostprobe. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.